Meine Lieblingsbites, da gibt es natürlich nicht nur eine. Es gibt mehrere und das auch aus verschiedensten Gründen. Zum Beispiel das Krokodil ist so ein grossartiges Hütterchen, Urban Restaurant, grossartig. Ich gehe aber gerne ins August, weil wir dort gutes Fleisch essen können. Ich bin am Rennweg und bin wieder drin. Es gibt ein gutes Thay. Es gibt überall Sachen. Es gibt gute Pizzerien. Ich könnte mir jetzt nicht sagen, das ist jetzt mein Lieblings. Fleisch. Vorspeisse. Ich habe natürlich versucht, so geschmacksreizend zu arbeiten. Das heisst, ich brauche spezielle Produkte. Ich gehe an mich auf Zugang und Zuge nach Produkten. Ich gehe einmal schauen, gehe probieren. Und man findet immer wieder, und zwar an den unmöglichsten Orten, findet man dann etwas Tolles. Und wenn man das richtig zusammenkombiniert und nicht sagt, wow, braun ist so viel.